ab jetzt jetzt geht es weiter jetzt muss ich alles noch mal von vorne machen weil ich mich gerade übelst was fest städtet hat noch mal von vorne mann 19 stellen so jetzt geht es weiter und der part müssen länger als 15 minuten gedauert deswegen habe ich ein bisschen geschnitten mann fack trifft doch diesmal ist anders wum steht jetzt da unten fack aua mein po ich weiß jetzt bis jetzt schade fast hinbekommen wie ich glaube ich habe immer wieder dann ich habe jetzt was ich was ich von ich ja habe ich ich habe ich habe wir wollen Okay jetzt konzentrieren. Du musst es da oben treffen. Oh fuck. Penner ey. Zwei, auch schön. Oh, klar, treib mal. So, jetzt bin ich grad, wo ich, jetzt bin ich hier, wo ich eben grad auch schon mal war. Gut, ich hoffe, da komm ich durch. Jetzt hat er sich, jetzt hat er selber Schalke gemacht. Warum tritt er die Ziele nicht mehr? Jetzt hat er so. Ja, ich bin da reingekommen. Ich komm erst einmal nach der Zeitwarn rein. Ich mach einfach Spin Jump. Gut. So, Kopf eingezogen jetzt hier. Geht weiter. Ja. Ey, das ist immer so loben. Aber auch gut. Ding, 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 ding. Ich hätte nicht so doll jetzt vorspringen sollen. Zum Glück hab ich da ein Safes jetzt gemacht. Jetzt da unten. Hier. Alter. Triff doch mal. Jetzt trifft er. Oh, ne, okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt kommt nämlich der Safe, das ist jetzt mein schönes Hasslevel. Hmm, 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 hmm. Ich. Vielen Dank. Oh, jetzt glitzschüss der drin. Nein. 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 Vielen Dank. Gucken, was jetzt für ein Boss kommt. Was ist denn das für ein Kackboss? Der ist ja langweilig. Pff. War geile Musik. Ach, ich darf ihn auch nicht an der Seite berühren. Oh, jetzt bin... ... 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 Egal. Sieht da gerade hoch, ok. Scheiße, Mann. Sieht da gerade hoch, ok. Die Häuserknecked, damit sie sich ausste�, ausputieren und werfen stellen können. was haben wir, weil dieァ mit einem Elviehen der augensten Küche Ja, Alison killed er aber000 Minuten. Vielen Dank.